Hallo zusammen, willkommen zurück zu unserem GitHub Tutorial. Heute geht es um Issues. Issues sind ein weiterer Punkt hier oben und ja, nicht gerade unwichtig. Mit Issues kann man nämlich klar machen, dass da was schlecht gelaufen ist oder dass irgendwas kaputt gegangen ist. Super einfach zu erstellen, eigentlich auch kein so komplexes Thema, deswegen gehen wir ganz kurz durch. Und zwar auch für die Verwalter natürlich kann man zum Beispiel Templates erstellen, das ist eigentlich auch ganz cool. Genau, wir wollen uns das einfach mal ganz kurz angucken, wie so ein Issue aussieht. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen New Issue und kann hier reinschreiben, was irgendwie passiert ist. Das heißt zum Beispiel Bodenstrich underscore and Bindestrich, ja, ich sollte vielleicht dabei bleiben, das nicht als Sonderzeichen reinzuschreiben. And dash not displayed oder sowas. Keine Ahnung, ist jetzt natürlich kein echter Issue oder so, aber nur damit ihr überhaupt mal so die Idee bekommt, für was die Dinger gut sind. Und dann kann ich natürlich hier reinschreiben zum Beispiel not displayed correctly solution remove them zum Beispiel. Jetzt kann ich hier aber auch noch verschiedene andere Sachen machen. Ich meine, ihr könnt ja selber lesen, also zum Beispiel kann man eine Überschrift einfügen, also sowas. Hier zum Beispiel, das ist im Endeffekt ein Markdown, was wir hier machen. Wir können das hier zum Beispiel fett machen. Wir können das hier kursiv machen. Das ist natürlich jetzt relativ sinnfrei. Wir können es in ein Quote einfügen. Okay, das lassen wir vielleicht. Wir können Code einfügen. Wir können einen Link einfügen. Wir können eine Liste einfügen und so weiter und so fort. Wir können auch eine Taskliste einfügen, was ich übrigens ziemlich cool finde. Hier kann ich dann zum Beispiel reinschreiben update main.py. Sowas in die Richtung zum Beispiel. Okay, und dann können wir auch noch jemanden speziell nennen. Zum Beispiel mich. Ja, perfekt, genau. Den da. Dann können wir noch einen ganz speziellen Issue, einen anderen Issue oder einen Pull Request referenzieren. Das können wir jetzt nicht machen, weil wir weder einen Issue noch einen Pull Request haben. Und wir können hier auch, ja wobei, ja das hat was mit Antworten zu tun. Also mit den Antworten von einem Pull Request oder von einem Issue oder so. Da kann man ja auch drunter diskutieren. In unserem Fall ist es aber relativ sinnfrei. Und hier, das habe ich euch ja schon gesagt, kann man jemanden zuweisen zum Beispiel. Zum Beispiel weise ich mich zu. Dann kann ich hier ein Label setzen. Bug zum Beispiel. Ich kann auch mehrere Labels setzen. Bug und Enhancement zum Beispiel. Und ich kann Projekte, da werden wir noch drüber reden. Milestones kann ich, gut, kann ich in dem Fall noch nicht machen. Ja, gut. Und das wäre es dann eigentlich schon so. Kann ich einen neuen Issue erstellen. Jetzt wird hier ein neuer Issue erstellt. Und ja, das ist dann eigentlich auch schon so ziemlich das. Das ist im Endeffekt wie ein Kommentar auf dem Code. Und man hat hier eben so seine Diskussion. Man kann hier auch ganz normal drauf antworten. Wie im Endeffekt bei einem Forum, wo ihr dann sagen könnt, hey, hier vielleicht noch ein Kommentar dazu. Und da kann man drunter diskutieren und alles drum und dran. Hier könnt ihr für euch entscheiden, ob ihr Benachrichtigungen haben wollt. Also zum Beispiel könnt ihr sagen, ich will keine mehr haben. Ich will welche haben. Jetzt werde ich gleich eine Milliarde E-Mails kriegen wieder mal. Aber naja, ist egal. Und dann könnt ihr, wenn ihr Admin seid, könnt ihr das ganze Ding hier editieren. Oder ihr könnt sagen, ich möchte nochmal einen neuen Issue erstellen. Genau. Und ja, was gibt es noch? Man kann hier sogar sagen, man möchte das jetzt schließen. Also, dass hier unten nicht mehr drüber diskutiert werden kann. Und jetzt gehen wir mal zurück hier auf die Issues. Und hier stehen natürlich jetzt alle Issues wieder. Das heißt, ich kann hier sagen, ich möchte diesen hier referenzieren. Ich möchte vielleicht den hier referenzieren. Also alle, die schon geschlossen wurden. Es sind natürlich keine drin. Und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, den hier wähle ich aus. Und mache dann irgendwas mit ihm. Zum Beispiel kann ich hier Mark as Open oder Closed machen. Was ich jetzt nicht machen möchte. Sonst würde ich ihn automatisch schließen. Ich kann hier zum Beispiel auch noch ein weiteres Label reinfügen. Für alle, die ich ausgewählt habe. Was dann natürlich auch das Ganze macht. Ich kann hier den Autor auswählen. In dem Fall mich. Zum Beispiel. Das wäre allerdings nur zum selektieren. Genau. Und ja. Duplicate bedeutet übrigens normalerweise, dass das Ding zweimal vorhanden ist. Das heißt, das ist jetzt kompletter Schwachsinn. Aber wollen wir mal so da stehen lassen. Ihr könnt auch eigene Labels erstellen. Zum Beispiel Go to Labels. Dann könnte ich hier ein neues Label erstellen. Und sagen, mein Label. Und dann Farbe zuweisen. Ja. Lassen wir mal. Genau. Und dann habt ihr hier eben ein neues Label. So. Und wenn ich jetzt hier irgendwas dran mache. Ich mache das jetzt hier online. Zum Beispiel in der Main.py hatten wir ja gesagt. Also dann haben wir hier. Das sollte raus. Das sollte raus. Und das sollte. Halt. Stopp. Das sollte ganz raus. So. Und da das jetzt hier offensichtlich gerade mein Issue fixt. Muss ich kurz gucken. Welche Nummer das Ding hat. Nummer 3 ist das hier. Also sehen wir hier vorne. Nummer 3. Oder sehen wir hier. Oder sehen wir. Gibt es noch eine Möglichkeit das zu sehen. Ich glaube nicht. Das war es nochmal. Aber reicht ja auch. Also ich meine das hier ist relativ eindeutig. Merkt euch einfach diese Nummer. Und könnt ihr hier sagen. Okay. Das ist jetzt. Das macht. Dass mein Issue quasi nicht mehr existiert. Und dann müssen wir einfach sagen. Close Nummer 3. Oder Close This Nummer 3. Oder Closed Nummer 3. Oder Fix. Ups. Fix Nummer 3. Oder Fix This Nummer 3. Oder Fixed Nummer 3. Oder Resolve geht genauso. Soweit ich weiß. Resolve, Resolves oder Resolved. Aber ich nehme eigentlich ganz gerne Close Nummer 3. Und dann können wir das direkt hier drauf auf den Master pushen. Bam. So und jetzt gehen wir mal auf die Issues. Und wir sehen einer wurde geschlossen. Automatisch geschlossen. Und wir sehen dass das hier eben behoben wurde. Dass der jetzt eben Closed ist. Man kann ihn auch von Hand schließen natürlich. Habe ich euch ja gezeigt. Aber ja in dem Fall haben wir das alles automatisch gemacht. Wunderbar. So funktionieren Issues eigentlich ganz gut. Ist natürlich eine der. Also ich werde euch wahrscheinlich nicht alles vorstellen können. Was GitHub zu bieten hat. Aber das ist eine der weiteren Techniken. Die sehr sehr gern und sehr sehr häufig verwendet wird. Deswegen ist es schon ganz sinnvoll. Wenn man das kennt. Ich werde euch jetzt dann im nächsten Video noch die Templates vorstellen. Und ich glaube dann passt das Ganze. Und ja. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.